Was geht ab, Rhythmisfreunde? Wir sind hier gerade am Kudamm bisschen. Ich wollte heute mal einen entspannten Tag machen, ein bisschen Autofahren, die Sonne genießen. Ihr hört vielleicht schon, ich bin ein bisschen krank, erkältet. Wollt euch mal ein bisschen Berlin zeigen, für die Leute, die nicht aus Berlin kommen. Hier ist das KDW gleich, könnt ihr ja schön sehen. Wir cruisen noch mal ein bisschen hier durch den Kudamm. Und, wie gesagt, hier gefällt es mir sehr. Heute ist es ein bisschen leerer. Es ist ein Sonntag. Daher bin ich auch ein bisschen ewig gefahren. Das war ein bisschen durch, besser gesagt. Ja, da war gestern ein bisschen heiser noch. Heute geht es mittlerweile. Übrigens heiß. Auf jeden Fall eine geile Gegend hier. Da war das natürlich ein reichen Relationless-Kirche. Da könnt ihr euch mal anschauen. So ein Kickdown haben wir. Also für die Leute, die nicht aus Berlin kommen, kann ich bei ihnen auf jeden Fall empfehlen. Insbesondere hier gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Der Kudamm ist sehr populär dafür. Man kann hier gut shoppen. Man muss auch das gewisse Kleingeld haben, was ich nicht habe, muss ich sagen. Das Auto ist geliehen. Man hat selber zur Zeit kein Auto. Ich will mich vielleicht irgendwann mal eins holen. Noch mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, hier sind die ganzen Passagen, wie ihr sehen könnt. Die gleichen Ferrari. Wunderschöner weißer Ferrari. So eine Autos gibt es hier viele. Die kaufen sich die reichen den Kaugummi. Ich muss sagen, ich fahre sehr gerne Auto. Deswegen möchte ich mir auf jeden Fall demnächst eins anschaffen. Aber leider mit wenig Budget, ne? Bin ja gerade am Arbeiten. Morgen wieder Montag. Ich schon daran denke, dass die ganze Woche wieder Arbeiten ist. Das ist ein bisschen toll. Aber so eine Arbeit geht auch nicht. Kann ich den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen. Ja, da hinten ist ein Blockhaus. Da arbeiten einige Freunde von mir. Schmeckt sehr gut. Ein schönes, häftiges Steak. Gesund. So, ich glaube mal, ich würde mal gerne mal gleich auf die Autobahn fahren. Ich glaube, ihr habt auch ein bisschen Hoff drauf. Ja, das ist hier die... Ich glaube, der kann ein bisschen fahren. Entspannte fahren. Ja, hier wird noch was mit ausgestellter Oma. Und man muss mal Atmen und Fleisch und Wasser haben. Ja, der ist hier schon fast wahrscheinlich. Wir haben nicht. Ich bin jetzt hier schon fast negativ. Ich bin jetzt nicht dagegen. Ja, das ist hier. Ja, das ist hier. Ja, das ist hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich wäre auch gerne schwimmen gegangen. Das Problem war, wie gesagt, wenn ich krank bin, dann gehe ich schon gerne schwimmen. Besonders am Montag fahre ich lieber ein bisschen in ein Auto. Ich sitze da, faul auf meinen Hintern und entspanne mich ein bisschen. Ja, Leute, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen. Abonniert meinen Channel. Wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Easy Fitness am Start. Bis dann, Leute.